ich muss das spiel benden ich habe den punkte zähler counter punkte zähler counter dann gehe ich mal aufs klo wunderschön wie hat er euch wurden da also am anfang gleich getötet ja das gemacht auch mit der schrotze der ist rausgerannt und hat dann erst keine wehen auch immer weggeholt und dann mich er hat uns alle nacheinander da mit der shotgun gekillt ich glaube erst kapsi oder dann dich irgendwie ja es war sehr strange ich als fuchs mit der ak hätte den eigentlich töten sollen und ich habe ich war ein schild ja ich habe ihn wohl halt auch erwischt zumindest habe ich blutspritzen gesehen und ja er denkt sich so nö schrotflinte regelt hat auch in ihrem grund auch getan weiß der geil wieso ich hab ja noch ein usb travel adapter cool also bräuchte ich jetzt noch kabel muss morgen wieder arbeiten muss theoretisch morgen nicht mehr arbeiten ich habe diese woche meine 40 stunden woche schon durch ja der hatte ein board an ja kann ich was sogar ich habe habe ich sogar aufgenommen also da darf man stimmt ich habe das auch aufgenommen darf davor die runde ja ich hab sie auch aufgenommen ich auch von einem frame auf nächsten sofort auf den kopf und tot lädt mich wer ein da hat die da selber ein party crasher stimmt hätte ich auch machen können ja mit ubisoft hat das jetzt echt geändert dass man ab dem ersten mal gekickt wird angeblich ja habe ich gestern gelesen als ich auf deine aussage r7 bekommt koop verzweifelt in rainbow 6 nach einem koop kram gesucht habe den du meinen könntest ja da hat das nur ein buchstabe gefehlt ja aber du hast es dreimal geschrieben ohne das e glaube ich ja ja was ist denn r7 nein re resident evil aber keine ahnung das klang so als ob das komplett anders wird hab gestern dann aber auch nicht mehr so lange geguckt nachdem das letzte total anders scheiße war wollen sie es jetzt total anders anders scheiße machen anders scheiße anders scheiße aber die meinungen klang gar nicht so schlecht aber ich will ich will einen tollen koop modus ich spiele keine spiele alleine weil ich habe angst du bist wie mein bruder ich habe den r5 gespielt also nee zocke ich nicht ist immer zu gruselig ne r5 habe ich gespielt aber halt nicht allein das haben wir hoch und runter gespielt oder? das haben wir so viel gespielt alter das ist ja keine ahnung wie lange wir das gespielt haben wir haben es bestimmt zehnmal durchgespielt oder? ja ich mein wir haben es letztes jahr nochmal durchgespielt Kinder was haltet ihr von mass effect 4? genau habe ich noch nie gespielt ja das kommt ja auch erst raus achso ich glaube ich glaube das sagt schon alles außen ich habe auch die anderen teile nie gespielt deswegen was? ja ich bin auch so jemand der se witcher 1 und 2 nie gespielt hat weil ich da überhaupt nicht mit warm geworden bin mit den kampfsystemen ähm ja das problem hatte ich allerdings auch bis ich mir ein witcher 3 angeeignet hatte und dann musste ich die einfach noch beide nochmal spielen ok ja da konnte ich mich noch nicht so für begeistern also 3 keine ahnung da bin ich halt so ein bisschen abgeschreckt weil ich halt die ersten nicht mochte 3 ist super das kampfsystem ist okay ich meine ich weiß nicht wie es auf Tastatur ist ich spiele es mit dem controller ähm also ja kurze gefüllungszeit von einer halben stunde geht geht flüssig von der hand ok ja muss halt überlegen ne normalerweise spiele ich ja auch alles mit Tastatur und so und dann hast du einen controller in der hand und das einzige spiel was ich auf der konsole habe ist halo und batman ja koko will ja eh die neue spiele ausprobieren den muss ich ja mal ewig überreden bis der mal was spielt ich? ach ich bin nicht rum ey hab ich fast mein Tee umgeschmissen wegen dir jetzt hm ja wann ist es noch? Wollen wir weitermachen oder was ist jetzt? ich bin da ich auch ja ja glaub wir warten darauf dass Capsi wach wird bin wach ok also mit der neuen engine von mass effect und allem oh geil ok ja ja und sonst so battlefield 1 was sagt ihr dazu? sich ruhe halt Okay, Battlefield 5, dass Battlefield 1 heißt. Achso, keine Ahnung. Das spielt jetzt um Mitte, Alter, oder? Das hast du doch schon mal gesagt. Wie viele hatten diese Diskussion schon? Mittelalter wäre auch cool, aber ich glaube, das ist For Honor. Ich habe wieder einen Clan. Die waren sogar fünf gleiche. Ja, wir sind halt auch zu viert. Ja. Aber wir sind kein Clan. Nein! Macht das so einen großen Unterschied, ich meine. Ich weiß nicht. Lackiert. Flugzeug. Das mit dem Clan, das identifiziert sich ja auch echt nur dadurch, dass du da... Naja gut, komm doch drauf an, wie oft du damit spielst. Aber irgendwie kenne ich die, glaube ich. Weißt du, wie hast du in Mallorca getroffen? Ja, ich meine, da trifft man so einige, sowas wie, so jemanden wie Micha und so. Habt ihr euch noch getroffen? Ne, 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 wir haben uns nicht mehr getroffen. Ich meine, selbst als ich in Palma war, war ich ja nicht da an seinem Strand, das ist halt doch noch mal ein Stück weit weg. Du warst in der Hauptstadt, oder was? Wir haben auf jeden Fall Motivation, naja, fürs Fliegen halt. Achso. Fürs Toten sein, ja. Ähm. Also ich war da nur am ersten und letzten Tag, weil ich dort gelandet bin, gestartet. Bei Kyure läuft oben rum. Ja. Im Mittelgang hat sie was gemacht. Ähm. Ich kriege erst mal die Luke. Achso, da hat er dann. Wo gehe ich denn? Ich glaube, sie ist hochgelaufen. Ne, sie ist runtergegangen. Ich habe sie gesehen. Ah, okay. Auch passen wegen Türen und so ein Scheiß. Ich lache nicht. Ne, ich lache doch nicht wegen dir. Ich habe Eddie geschlagen. Wie sie allein hört. Wie sieht denn der Plan aus, Leute? Ähm, rein, ja, reingehen, alle töten. Ich möchte hier bei diesem Aquaduct, oder was das ist. Beim Aquaduct? Ja. Das ist was, was die Römer hatten. Ja, ich weiß. Das wäre ein Aquaduct. Äh, ich gehe zu Johannes. Ja. Ich weiß nicht, warum. Wollte vielleicht die Luke erst mal vor. Die haben sehr sicherlich zu. Ja. Dann gehe ich mal vor. Ich kann rein, oder? Moment, Moment. Ja, ich glaube schon. Ach, Valkyrie ist tot. Ach, sehr gut. Die haben ich gerade getötet. Sehr geil. Ich habe hier eine Valkyrie-Kamera. Okay, ich komme mal rein. Oben war, glaube ich, niemand. Okay, ich habe die Kamera, oben. Entschuldige, Bro, aber... Der Eiger war mir ja noch ein bisschen zu klein. Hier ist einer. Tappen. Ja, ich weiß nicht, was ich lecke. Ich lecke auch. Ja, ich... Okay, dann ist es nicht nur bei mir so. Dann ist die Server. Ich dachte gerade, ich weiß nicht, was ich tue, aber weiß ich, was ich tue. Kann ich mir schießen? Wie sieht es denn bei euch aus? Geht. Doch. Aber ich habe mir die Waffen gewechselt, jetzt geht es wieder. Das ist natürlich auch mies, wenn du... Wenn ich jetzt nicht auf die Kamera hätte schießen wollen, sonst auf den Gegner. Und er schießt einfach nicht. Kommst nicht mehr da runter. Du willst da runter? Aber ich glaube, ich kann da auch alleine runter, ja. Nö, ich kann nicht mitgehen. Ich würde sagen, der Seelen hätte funktionieren, aber wir sollten langsam mal... Ich glaube, links war einer. Also hier. Ah, wenn sie... Haben sie das hier zweimal zugemacht? Dann kommen wir da nicht mehr durch. Wir einfach mal. Ach, das ist eine Leiche. Ja. Ach, ja. Jungs, ihr solltet euch bei, ihr habt noch eine Minute. Na ja. Der krabbelt hier, glaube ich, irgendwie rum. Hm. Ich kann euch leider nicht loswerden, weil ich noch am Leben bin, also... Okay. Was glaube ich, die Leiche? Nein, ich bin dagegen gelaufen. Komm mal ein bisschen zurück, also hier zur Seite. Kapsel, willst du mich zufällig retten, komm? Oh, sehr schön. Ich höre ihn da auf dem Fall noch drin. Pfff. Klar. Sorry, aber... Ich will die blüßige Zeilen unterbrechen. Ja, aber warum er wischte dann ausgerechnet nicht wieder mich, ey? Du hast dich eine Sekunde zu früh gefreut. Ja, ich habe ihn auch gehört, dass er kam, also so war es nicht. Danke, Johannes. Zum Hokel. Ja. Wollen wir Augepickraum, oder? Minuten nach oben durcharbeiten? Ja, oder so. Na, oder die Akkordeanfang. Aber jetzt sind wir nicht unten. Wir wollten runter, oder? Ja, ich... Wir sind oben. Also wenn wir die Runde nochmal gewinnen und die schlecht sind, dann nehme ich Tashaankar, ne? Achbar, ja. Und dann gehen wir runter und dann schieße ich wieder alle durch die Wand ab. WESPEN 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 Klingt gerade wie WESPEN 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 Alle rennen hin, wollen eine Rüstung, dann ist ein Wespennest drin. Unser Humor hat ein bisschen gelitten. Ja, mein Gott, die Amme ist das schon so lange nicht mehr gehört. Du meinst, deswegen sinkt unser Niveau so? Ja, das muss ich jetzt wieder einpassen. Okay, wie auch immer die Army vorbei ist. Denkt an Glass, ne? Mal schauen, ob das geht. Nein! Nicht daran! Blöde magnetische Scheiße! Ja, besser! Ups! Meine Beine sind im Platz. Changing Mags. Hm... Ich weiß nicht, ob die Glass irgendwo rum sitzt. Ich weiß nicht, ob die Glass haben. Genau. Ich weiß nicht, ob es ist. Ich weiß nicht, ob die Glass, schau' ich schau'isch. Oh, es ist der Armat, der kann nicht entspricht. Oh, er ist... Oh, die haben ihn erst. Wo hockt der? Frage. Nicht auf dem Turm. Oh Gott, ich bin so schlecht. Wo war er denn? Auf dem Flügel. Was? Jetzt ist er glaube ich ein bisschen abgelenkt. Hä, was ist denn da gerade passiert? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Achso, die kamen von zwei Seiten. Hä, warum habe ich die nicht gehört, Mann? Ich verstehe es nicht. Oh, geil. Ich glaube, ich höre hier bei mir wen. Kapsi, du hast Kamera? Ich halte gerade durch. Ich kann euch aber nichts sagen. Oh, ähm, oben ist, oben bei der Kamera ist, ähm, ein Cockpit. Genau. Ich nehme an, die Kamera ist kaputt. Ja. Werf mal eine neue Kamera, Kapsi, kannst du die benutzen? Wohin werfst du die? Ich muss wissen, welche das ist. Äh, guck, ah, da hockt er noch. Ach, okay. Gleich, da ist Indikator. Ähm, Ash kommt zur... Da, irgendwann scannt die. Ah, der fremde scannt die. Da ist Ash. Und Sledge, oder wer das war? Oh, nee, Thatcher ist das wahrscheinlich. Das heißt, sie versuchen da wahrscheinlich gleich aufzusprengen. Vielleicht komme ich von hinten gleich. Ja, sie sind zu dritt dort. Wenn ich das richtig gesehen habe. Fuck, 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 ich habe nicht dran gedacht, dass da eine Tür ist. Ash kommt, ähm, von der Türseite, von der Tür, Eddie. Bei dir. Genau da. Genau da war sie. Sie ist umgedreht. Es sind jetzt wieder alle drei in dem Vorhang. Ah, fuck. Hinter dir kommt dann Deckbitten. Rechts. Die haben Deckbitten. Nein, naja, ja. Schade. Ich habe ihr mein C4 ins Gesicht geschmissen. Hat das was geholfen? Du hast ganz gut durchgeholfen, alleine. Okay, ich nehme keinen Tashanka. Ich habe mich überzeugt. Okay, mal versuchen wir es nochmal. Hat ja vorhin so gut geklappt. Puh. Aber wenn wir es jetzt nicht gewinnen, bin ich schon ein bisschen traurig. Unten, unten wieder. Juhu. Heee. Good work. The biohazard container has it located. Oh. Ja. Wir haben übrigens Puls. Okay. Oh, ich bin tot. Ich habe Angst. Also Warenraum, dieser komische Raum da, das Ding da war frei gerade eben. Unser Blackbeard ist übelst am lecken. Das wäre ich. Äh, nee. Doch. Du meinst. Äh, du meinst. Ja. Warte, ich kann dir kurz mal eben sagen. Oh. Oh. Kapsi, also der Frachtraum. Hupala. Ja, der Frachtraum ist sauber? Äh, sieht erstmal sauber aus, ja. Pass auf, dass ich nicht von der Treppe runterkomme. Okay, die, die Kamera war an, das heißt, sie wissen, dass ich hier drin bin. Gut, dann geh du links, ich gucke hier rechts. Die Tür ist ja zu, okay. Ähm. Ich würde mich einfach mal hier rechts durchhämmern, aber dann sehen die dich eventuell. Äh, okay. So ist besser, so ist besser. Im Cockpit guckt jemand durch die Kamera. So, ich fahr mal kurz Drohne. Ah, es ist jemand noch im Erdgeschoss, also im Erdgeschoss sozusagen. Also theoretisch könnten wir hier Termite gebrauchen, wenn es möglich ist. Aber ich höre gerade, hier ist auch was gechampt, ich weiß also nicht, ob es was bringt. Also hinter uns ist erstmal nichts. 2 Minuten. Wo ist der im Erdgeschoss, Johannes? Äh, weiter hinten. Warte, ich werfe da meine Granate dann. Genau in die Richtung. Ah, ich habe auch ein bisschen Signal, das ist auch da erwischt, als du. Ach, keine Munition mehr, wieso lädt er nicht nach? Also ich sehe ihn hier gerade nicht in der Ecke. War Blitz, also, keine Ahnung. Habe ich da hochgelaufen? Ich schaue mal kurz, ob wir... Nein? Ja, er guckt durch die Kamera. Könnte möglicherweise oben sein. Wow, er ist irgendwo hier. Ah, fick ich, ich habe einen. Ah, shit, der war da beim Cockpit, Johannes, der hat mich von hinten abgeschossen, als ich die Treppe hochkomme. Der liegt übrigens einer, ähm. Das war aber nicht der, der hier oben war. Ich habe nur noch 37. Achso, okay, dann habe ich Puls gerade getötet. Der hat da hinten, also rechts von der Treppe da gehockt, den Mann. Ich lade mal kurz nach. Dann komme ich mal... Also, Caps, die Entferlässt du mich vor? Ja, mach das. Also, wie gesagt, einer ist Inshot. Also, ich weiß nicht, ob er inzwischen wieder auf... Ich könnte jetzt... Ich bin jetzt in Törner, also, ich könnte jetzt was aussprengen. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Hier rechts. Ganz rechts, ganz rechts, ganz rechts. Jungs, ich brauche eure Hilfe. Okay. Ach, schade. Sehr gut. Ja, da ist halt nur normalerweise die beste Ecke, wenn da wer hockt. Ich habe den Jammer nicht gehört. Ach, da war der. Der habe ich gar nicht gesehen. Der ist auf den Kisten rumgehetturnt. Ja, und ich bin auf die... Ich bin jetzt ja doch Tatschalkade, nein. Und ich bin auf der anderen Seite der Kisten gewesen. Wollen wir rund? Jop. Joa. Jop. Kann man mit Mute die, ähm, die Luke blocken? Kommt drauf an. Manchmal kannst du ein Teil blocken, glaube ich. Indem du... Also wenn man es direkt da drunter legt, meine ich. Hm, wenn da eine Kiste drunter ist, geht das manchmal. Ach so, okay. Und du den Jammer auf die Kiste legst. Aber meistens ist es, glaube ich, so, dass du immer nur ein Teil der Luke blockst und dass man dann an irgendeiner Ecke noch drankommt. Aber die meisten wissen das nicht und schaffen es nicht, glaube ich. Schauen, wie es hier wäre. Also hier könnte es klappen vielleicht, wenn du es hier drauf legst. Nee, bin jetzt nicht Mut. Ja, klar, aber probieren kann man sowas mal dann. So, wenn man es hier drauf legt. Genau, genau, genau. Ähm, es könnte vielleicht langen, aber es wird wahrscheinlich nicht die Toilette Luke abdecken. Ach so, die Luken hat keiner. Ähm, nee, ich trau mich nicht mehr. Haben... Wir haben... Haben wir... Haben wir hier neben dem Gang eine Kamera? Jetzt haben wir. In welchen? Okay, jetzt haben wir schon. Warte, nicht, 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 nicht. Haben wir keine... Keine Wände mehr? Ich hab keine mehr. Ich hab noch eine. Dann macht jemand noch zu. Was soll ich noch zu? Da, okay. Also wenn hier in diesem Gang, wo... Hier, in dem Gang jemand ist, müsst ihr mir sagen, ich hab da eine Gasgranate, dann hau ich den weg, falls ich noch lebe. Okay. Ich hätte nicht überlegt, ob ich da jetzt noch hingehe. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Ach halt. Ach scheiße, jetzt hab ich schon wieder Rüstung vergessen. Ich kann jetzt in die Kameras gucken. Gott. Äh, und sag mir auch, ob da eine EMP dann hochging, weil sonst kann ich die zünden und da ist nix. Die sind da in diesem kleinen Zwischengang. EMP geht da gerade hoch. Ah, hast du fast noch im Visier gehabt, aber äh, im Visier. Links. Hätt ich bei ja noch im Rauch gehabt, sagst du. Ja, uah. Ja, da kommt einer gleich, da kommt einer, der hockt direkt neben der Tür da vorne schon. Ähm, links guckt der. Der guckt da. Ich lebe noch. Ungünstig. Ungünstig. Ich... Er kommt langsam rein. Nee, jetzt nicht mehr. Der Schild wird erstmal hier reinkommen. Ich versuche mal rumzukommen. Vielleicht klappt es ja. Ich versuche dir ein bisschen Deckung. Nee. 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 Leck, der ist sieben, sag. Ah, four ist securing the container. Mission failed. All friendly's were eliminated. Ja, gut. Mit dem Seelen, ja, Janne. Da machst du nix. Äh, ja. Wenigstens sind wir im Angreifen besser. Ein wenig, ja. Nee, es ist im Moment so ein Angreifer runter. Also immer die Angreifer gewinnen bisschen. Ach nee, ich will doch kein Schild spielen. Wir brauchen den Biohazard Container. Nicht unten. Haben sie auch gewonnen, oder? Nee. Oder? Ach nee. Geht ja gar nicht. Ach, Mann. Puls. Scheinbar ganz vorne. Der Puls. Alter, wie pulst die Kamera? Sehr gut. Na gut, er hat in der Schacht keine Hand. Der hat wahrscheinlich gleich keine Munition mehr. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ja, die sind ganz vorne. Und ich sagen, wir arbeiten uns von hinten durch, weil ganz vorne rein will ich nicht. Nee, ganz vorne nicht. Also in der Mitte, oben, oder? Ich glaube, ich will ganz hinten rein. Also da. Okay, ich komm mit dir, weil ich bin. Ich komm mit euch, weil ich hab'n Schild. Ich komm nicht mit euch, weil ich euch voll fies finde. Ach so, ja, damit können wir auch leben. Habe ich. Ich hab'n. Ah, okay, pass'n. Der Angangsbereich ist frei. Könnt' er aufmachen. Ich bin nicht runtergefahren. Ich hab' nur die Treppe runtergeguckt. Ich bin nicht weitergelaufen. Careful, Bug. Boom. Bug tot. Komm zu euch rein. Ich fahr'n noch ein paar Meter. Ich bin jetzt bis zum Mittelteil gefahren und hab' keinen gesehen. Das macht mir ein wenig Angst. Und scheint niemand zu sein. Einnehmen im Cockpit ist Puls. Im Cockpit ist Puls. Im Cockpit ist Puls. Ja, hab' ich schon gesehen. Ich kann ihn ja tracken mit meinem Electronics-Ding. Sag' mal, wenn er weggelaufen ist. Jo. Genau. Die Tür vorne rechts ist zu. Guck' nochmal, ob das auch noch so ist. Dann sind wir hier alleine. Jo. Ist immer noch so. Ja. Also außer oben. Oben war niemand außer Puls. Genau. Das heißt, wenn sie nicht von unten kommen. Okay, gut, dass wir Tatsche haben. Hier können wir das aufmachen. Kann ich die Tür aufmachen? Ah ne, da ist jeder oben. Die Tür kannst du aufmachen. Wir müssen aufpassen, dass von oben könnte Puls kommen. Ich hab' noch die Tür im Deck. Okay, gut. Ja. Hä? Der war da eben noch nicht. Krach. Doch, doch. Der war da ganz in der Ecke. Dann hast du wahrscheinlich nicht... Das war eigentlich nur kurz mit der Drohnen nach rechts geguckt. Der hätte ich aber doch sehen müssen, ey. Hinterm Schrank. Ja, ja. Aber da muss doch irgendwie was rausgucken. Wie ne Knarre. Sonst was. Jetzt kommen sie alle zu dir. Alle fünf. Oh scheiße, ey. Was war's denn? Alter, der hat doch alles gemacht. Ja. Was ist denn dabei passiert bei euch? Ja, das war's halt in der Ecke. Und wir sind reingegangen und da hat er uns alle von hinten gekriegt. Krass. Und das, obwohl ich mit der Drohne drin war. Nicht gut. Vielleicht hätte ich doch Taschenanker nehmen sollen. Ja, und ich hab halt auf die Tür oben geachtet, weil... ne? Und dann hat er mich von der Seite. Ja, okay. Ich bin auch halb reingerannt, also... Aber trotzdem, ähm... Ähm... Na, komm. Ich mach die Luke oben. Ach, okay. Dann brauch ich die Dinger nicht setzen. Alles klar. Was? Kannst du ja versuchen, die Luke zu jammen. Kannst du ja echt mal probieren. Auf dieses Ding springen und den Jammer draufzustellen. Welches Ding? Ich zeig's dir, ich komm gleich. Dieses Ding? Es ist unter der Luke, da kannst du ja auch hochrufen auf so'n Ding. Und da kannst du mal schauen, ob... Oh, ich hab's versucht. Na, guck mal, was passiert. Möglicherweise könnte das die Luke schon. Das werden wir jetzt sehen. Zumindest die Ecke von der Luke schon. Oder zumindest die Pfeile, ja. Ähm, ich hab noch hier ne Wand über. Müsste hier noch fehlen, genau. Ja, dann kann ich zumindest die... Eine Rüstung ist noch übrig. Äh, das ist meine Rüstung. Ja. Warte, ich will da noch durch. Mach zu hinter dir. Ja. Soll es ja nicht zu später rauskommen. Schon schon. Na Kameras? Ja. Sniper. Da im Gang durch? Ich seh noch keinen, ne. Wahrscheinlich hat er die Türen aufgeschossen oder so. Ja, die Tür ist offen. Und meine Kamera da ist weg. Was? Toll. Loll. Okay, das wird der Luke halt vorgeklappt. Hä? So, äh Kamera, sorry. Ich hab grad gepennt. Ähm... Oh, der Fremde von mir zerscannt die immer. Hä? Ich fühl mich nämlich unbehaglich. Fuck. Das weiß ich nicht. Alter, das ist auch der, der dich erwischt hat. Kapsi, ne? Ja, ja. Der hat mich instant... ...hat Redshot gegeben. Ja, bei mir war's. Ich weiß nicht. Ich würd den vielleicht nicht pieken. Ich würd mich lieber in eine Ecke setzen und warten, bis er zu dir kommt. So? Oder bis Johannes von oben kommt. Nee, kann grad nicht. Da war das Schild. Ja, ja. Irgendwann halt. Okay, jetzt kommt das Schild, das Schild kommt unten rein. Der Schild kommt da. Ist zur aufgeschränkten Wand. Ist es jetzt da drin. Ja, ja. Warte. Es kommt von der Zeit jetzt komplett. Der andere ist auch drin. Hä? Ja, schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Wie? Was ist mir beim C4 passiert? Wieso ist das bei mir an der Wand explodiert? Rechts. Fliegel. Mission failed. All Friendlies were eliminated. Hä? Wieder verloren. Aber wir hatten noch wieder so einen komischen Typen dabei, der irgendwie nix... Der ist ja ernsthaft jetzt noch rausgegangen vorher? Der ist ja... Der hat... Der hat von was mich halt an ihm genervt, da hat immer die Leute gescannt. Naja. Naja, blöde randoms. Dann... Dann... Jetzt sind wir ja wieder... Ich bin immer noch Gold, cool. Ja, ich auch. Auch noch Gold 2. Ich hab genauer mal weiter gestiegen. Ich bin auch noch Silber 4. Ich hab das Gefühl... Ich hab nicht mal Punkte verloren. Hab ich irgendwie das Gefühl. Naja, ich verliere schon. Also so ist es nicht. Aber wir sollten langsam mal wieder gewinnen. Ja, bin ich auch dafür. Ja, bin ich auch dafür.